Hallo liebe Strandfans, ich bin der Niklas von Beach Inspector und wir befinden uns heute am nördlichen Zipfel von Formentera am Playa Tanga. Wir sind hier mit der Fähre rübergekommen, ihr könnt uns das gleich tun. Die Fähre geht von Ibiza-Stadt, ca. 40 Minuten seid ihr auf Formentera. Wie ihr hinter mir sehen könnt, ist der Strand wirklich wunderschön. Ihr habt glasklares Wasser, ihr habt feinkörnigen Sand, ihr habt hier einige Liegemöglichkeiten, wo ihr euch ideal entspannen könnt. Ihr habt hier ein kleines Restaurant und die ganze Küste hier ist ein Naturschutzgebiet. Also ideal für Leute, die mal ein bisschen runterkommen wollen und abschalten wollen.